herzlich willkommen beim neumond horoskop für das monat januar was uns ja schon ein bisschen etwas über das neue jahr verrät denn direkt am zweiten ersten starten wir mit einem neumond quasi nachgereicht noch mal ins neue jahr rein und zuallererst sieht ja nicht mal so übel aus muss man ja sagen ja also wir haben einen neumond im steinbock drinnen und steinbock ist ja ist ja so dieses prinzip so ein bisschen so dieser dieser durchsetzungskraft auch der sich zurücknehmen sich zusammennehmen also auch der inneren moral der inneren diszipliniertheit und das ist ja mal nicht schlecht denn wenn wir mal davon ausgehen und sagen hey wir setzen ein paar gute neujahrsvorsätze gleich um wir gehen das an fitnessziele oder irgendwelche irgendwelche anderen vorsätze was auch immer das sein mag dann ist der mond im steinbock eigentlich da ganz gut dazu geeignet also der unterstützt uns und was uns noch unterstützt wir werden zu der konstellation zwar noch mal kommen ist die wenn man es positiv deuten möchte ist das sonne uranus trigon dass wir da haben uranus ist ja momentan im stier drinnen nicht wahr und und die sonne im steinbock und sonne uranus ist auch so diese ist die veränderung ist der neubeginn kann auch ein überraschender neubeginn sein kann auch sein dass man am anfang ein bisschen übertreibt mit seinen neujahrsvorsätzen und da wieder rein haut was sich dann vielleicht nicht ganz so umsetzen lässt aber grundsätzlich ist das mal eine positive startenergie sage ich mal auch für alle unter euch die sagen ja neujahrsvorsätze finde ich gut und da dass das da setze ich dinge um und dann schauen wir noch ein bisschen genauer rein was sich so alles abspielt so sieht jetzt mal grundsätzlich das horoskop aus also wir haben wie gesagt wir haben den mond den neuen mond im steinbock mit diesem sonne uranus trigon und das kann man durchaus einmal positiv werten ja und dann kommt die liebe dazu und ja die liebe liebe das ist immer so eine sache weil die die venus ein sextil mit dem mit dem neptun macht und ja und das kann dann natürlich so auf so tiefe liebe hinweisen das kann sein hinweis darauf sein dass man sagt da da lasse ich mich richtig in die liebe rein fallen und und da erlebt man oft einmal sehr romantische zeiten das wird auch noch einmal ein bisschen also mit diesem neptun einfluss da verstärkt am 9 ersten mit sonne venus also da ist alles liebe wunderbar und wunderschön und dann kommt am 11 ersten sonne neptun dazu und das kann im positiven nochmals ein bisschen romantisch sein dass man weicher wird dass man ein bisschen träumerisch sein wird vor sich hin träumt aber wenn man es ein bisschen anders interpretiert kann das natürlich auch schon sein dass das leben hier ein bisschen reduziert wird wieder geschwächter wird oder nicht ganz so klar ist also dass man ein bisschen wischiwaschi ist dass man da ein bisschen aufpassen muss auf jeden fall das wäre so dieser dieser höhepunkt und und ganz negativ also sehr negativ und etwas klarer ausgedrückt könnte natürlich sonne sextil neptun auch die täuschung bedeuten also dass wir getäuscht werden dass man getäuscht wird oder dass man sich täuscht so und das war es dann schon mal mit den positiven kunden konstellationen denn mitte des monats kommt dann auch noch der maß in ein quadrat zum neptun und das würde dann wirklich so auf lügen und täuschen noch einmal würde das verstärken und das ist auch noch einmal die schwächung der lebensenergie die einschränkung der durchsetzungskraft und ein bisschen das geht auch gleich noch mal so weiter das heißt wir haben dann am vierzehnten ersten wird uns wird der merkur rückläufig und das hast du vielleicht schon gehört also merkur rückläufig bedeutet ja aufpassen bei geschäften und war ein bisschen einfach da kannst du zu ein bisschen schwierigkeiten in der kommunikation kommen da kannst du unklarheiten zwischenmenschlichen kommen also da sollte man immer aufpassen also ab da wird merkur rückläufig und dann gibt es gleich mal am sechzehnten zehnten gibt es eine sonne pluto konjunktion und das ist natürlich schon so astrologisch ein knüller weil sonne die lebensenergie und der pluto steht ja im steinbock und sonne pluto wäre ja dann so diese macht über das leben also die rechtliche macht über das leben und zusätzlich zum rückläufigen merkur hat das schon wieder einen ganz harten weg sperr weib und und macht wird ausgeübt auf das leben weib also das ist schon sehr sehr brenzlig und dazu kommt dann noch ganz genau man ist das am 18 ersten haben wir dann einen vollmond und zwar vollmond heißt ja sonne mond stehen sich gegenüber neum und heißt die stehen in konjunktion und vollmond heißt sie stehen in opposition und dieser vollmond ist durchaus explosiv der mond steht in krebs und krebs kann man auch als das volk auch also im übertragen ist ein bisschen als das volk auch noch mal deuten und da knallen dann sonne pluto drauf und das wäre dann einfach wirklich auch noch einmal so dieses einsperren vom volk diese machtausübung auf das volk dazu also das ist durchaus da eine mögliche konstellation zu diesem zu diesem vollmond nicht wahr also das ist da schon spannend wir haben dann eben so zum 16 16 diese diese konjunktion wo wirklich noch einmal so venus merkur pluto zusammenkommen und das ist einfach für mich auch noch einmal so dieses einsperren das ist wirklich so dieses weg sperren und dieses einsperren und das ist eben auch noch einmal so diese täuschung also wenn ich jetzt wetten müsste was ich gott sei dank nicht muss würde ich würde ich da alle zeichen auf also politisch gesehen einen neuerlichen lockdown sehen mit diesem ganzen man kann mit diesem ganzen geschehen auch diesem ganzen mit diesem ganzen pandemie geschehen man könnte durchaus meinen da wird sowieso wieder zugedreht die ganze geschichte weil einfach die 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 planeten da alle sehr auf auf also druck aufbauen und dieser dieser druck der der wird halt jetzt nicht besser also das ist das merkt man dann auch dass gerade so zum ende hin zum ende des monats hin 29 30 also ist noch einmal wie gesagt konjunktion merkur pluto und halt da ist dann auch schon der maße im steinbock drinnen und da haben wir dann schon eine ziemliche ballung in diesem steinbock zeichen drinnen eine ziemliche energie drinnen und das kann schon auf eine gewisse unruhe und auch an auf einen gewissen protest hinweisen noch dazu eben und das noch mal in der verbindung zu diesem uranus sonnetrigo aber was bedeutet das jetzt alles grundsätzlich würde ich jetzt mal interpretieren es fängt etwas ein bisschen leichter ein bisschen beschwipst ein bisschen berauscht an vielleicht auch lernt man kennen ist man emotional offener und dann wird allerdings alles wieder reduziert und macht wird aufgebaut und zwar wirklich eine von der energie her sehr sehr ja auch mit merkur pluto das ist ja eigentlich so diese verfestigte meinung das ist so das ganze stur sein und dass dir jemand quasi die meinung aufdrückt also wer hat recht und da gibt es keinen da gibt es gar keinen kompromiss mehr da gibt es keine weichheit mehr das heißt ich würde dir empfehlen in dieser zeit eher einmal eher ein bisschen weniger aggressiv zu sein sondern ihr mal zurückzutreten weil da käme nur streit raus und das würde für mich auch heißen dass der druck was ich ja schon gesagt habe der wird weiter erhöht dieser druck auf das volk wird weiter erhöht bis halt immer mehr gegendruck stattfindet und da rede ich jetzt nicht von der großartigen revolution sondern ich dies das wird alles nicht halten nur das wird sehr grotesk noch werden und da werden wir wahrscheinlich im jänner noch einige stilblüten sehen und wenn du da etwas aufmerksamer dann mal so die nachrichten verfolgt was da alles so daherkommt das wird sicher interessant und spannend wird allerdings immer mit mit druck mit angst mit macht ausübung zu tun haben mit diesen konstellationen das alles löst sich dann wieder und das alles in bewegung aber mein persönlicher ratschlag wäre einfach einmal nicht übertreiben am jahresanfang mit berauschenden substanzen nicht jeden menschen den du kennenlernst wird unbedingt die große liebe gleich sein aber das können auf jeden fall mal schöne flirts und schöne stunden sein und dann mitte jänner hin so vom 10 bis 15 weg und dann bis ende jänner er bleibt bei dir es ist eine gute zeit wie gesagt um persönliche ziele zu erreichen nimm dir deine guten neujahrs vorsätze mit und bau die einfach für dich um in deinem rahmen um und wenn du sagst na ich möchte aber fitness machen und dann kann ich nicht ins fitnesscenter zum beispiel jetzt gehen dann macht daheim irgendwelche übungen oder geh halt spazieren aber setzt die in deinem rahmen um und lass dich nicht einschränken lass dich auf keinen fall irgendwo von außen jetzt einschränken sondern bleibt klar bei dir und macht ja auch dieses frustrationspotenzial bitte noch einmal bewusst da können viel ängste hochkommen da kann viel da kann viel unruhe herrschen ja aber das geht alles vorüber und ja ist ja im prinzip nur zeit und das schaffen wir dann schon immer wie heißt so schön freies zitat ich denke es war vincent churchill aber ich weiß es nicht vielleicht ist es auch falsch wenn du durch die hölle gehst bleib nicht stehen und in diesem sinne wünsche ich dir ein gutes einen guten start ins neue jahr und ich freue mich wenn wir uns wiedersehen wenn du ein persönliches horoskop möchtest und wissen willst wie diese ganzen konstellationen auf dich wirken dann mach dir einfach einen termin aus auf meiner homepage unten steht der link und ich freue mich wenn wir uns wieder sehen demnächst gibt es dann die große jahresvorschau und ja bis bald dein oliver erini aus dem wunderschönen linz liebe grüße und 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 und